Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Vize Beast Light. Bei mir ist David und das sage ich jetzt nicht mehr für die nächsten Parts. Okay. So, ich glaube mir jetzt empfiehlt es schon mal das Holz hier. So. Und jetzt fangen wir gerade mit der Magie an. Ja, fängst gerade an. Guckst du im Internet dabei? Ja. Lol. Bei mir würde das voll abscheißen. Nimmst du mit Fraps oder wo wird nimmst du auf? Fraps. Wie viele FPS hast du denn gerade? 90. Ja, ich habe 100. Fast 100. Ja, okay, warte. In der Aufnahme wird 90 angezeigt. Insgesamt habe ich... F3. Wo stehen die FPS nochmal? Da, ganz oben neben der Minecraft-N-Zone. Habe ich gerade 60. Ach, scheiß drauf. Ja, ich habe Brenner im Hintergrund, ne? Hm. Kann das da dran liegen? Ja. Alter, jetzt habe ich hier überrote Striche, weil ich F9 gedrückt habe. So, weg damit. Ich habe hier eigentlich nichts mit Karos. Ich fange jetzt in meinem neuen Haus wahrscheinlich mit Magie an. Ich weiß es aber noch nicht. Ey, kann doch nicht sein, dass nix hier Karos hat. Nix außer meiner, ähm, Mühe des Karos, das ist doch scheiße. Gold hat Karos. Oh, Spawner Gold Nuggets. Ich glaube, dafür muss ich in der Nähter... Ey. Das war der Hammer, ey. Ja, der hieß nicht wissen. Unser kleiner Kritzi, der wollte, als wir einen Fedebeest, also Fedebeest gezockt hatten, wollte für Gold Nuggets in den Never gehen, weil er mal das ja nur für Peckzum ist bekommen. Wir waren aber nach... Wir waren nach Hamnese und haben dann herausgefunden, also ich habe, wurde mir dann gesagt, Ja. Die kriegst du auch so. Ich habe auch da fleißig, ja crazy. Alter, willst du mich verarschen? Hilfe! Ich bin mir... Ah, geschafft. Dankeschön. Schießest du doch direkt auf den Mond. Gute Idee. Ich schieße auf die Sonne. Passiert nichts. Ich weiß. Nur auf dem Mond passiert was. Aber dann kommt hier so Lava raus. Du weißt, was passiert, wenn du auf den Mond schießt, ne? Ich weiß, was passiert, wenn ich auf den Mond schieße. Ich weiß ja sogar ziemlich genau. Hast du schon gemacht? Mhm. Ich habe es auch heute gemacht. Was war das hier unten? Ihhh, hässlich. Das erinnert mich an dich. Ich habe noch keinen Mabel abgebaut. Ich versuch's jetzt. Ne, ich versuch's jetzt nicht mit Vize-Biast-Wiki. Ich versuch's gleich mal mit dem Vize-Biast-Wiki. Hm, war doch was dabei. Habe ich das jetzt ernsthaft vergessen? Ja, habe ich das ernsthaft vergessen. Warum das so verpackt ist, keine Ahnung. Was denn? Ähm, meine, mein Charakter hält immer diese zu, ähm, diese... Ja, meine, diese Fertig-Node zu hoch hält er die. Hm. So. Alter, Phil wird mich so töten. Aber ganz ehrlich, kann ich auch nichts dran ändern. Ähm. Außerdem habe ich ja nicht viel gemacht. Ich rede mit dir. Und kümmere mich um Kohle für den... Dingens. Und fähre gleich mit Magie an. Mehr mache ich ja nicht. Ja, das ist Nitor. So beautiful. Nitor ist egal. Damit werde ich mein Haus machen. Das Licht. Jetzt weiß ich, was ich machen werde. Was? Was? Bei dir Fackeln klauen, um nicht, ähm, äh, Lux zu machen. Nein, lass meine Fackeln. Die brauche ich selber. Haha. Du kannst Dirt haben. Dirt hat auch so viel Lux. Dirt hat irgendwie Erde. Solum. Ja, Solum. Gollum, ey. Ich bin immer noch in der Dirt-Schicht. Aber, oh, hier kommt Kohle rein. Hier ist Eisen, jawohl. Oh, das ist schon außerhalb des Dingens. Egal. Ich muss auf jeden Fall nachher viele Löcher noch stopfen und so. Daraus stehst du, Löcher stopfen. Ja, klar. Ich bin ein Mann. Und halt Männer sind doch eher zur Höhle gebrochen. Ja. Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Ah, hier sind Pilze. Iiii. Ich werde ein Zombie von The Last of Us. Iiii. Ich werde ein Clicker. Alter. Hast du das mit auf der E3? Kommt hier zwar spät, aber gesehen, wie die die PS4 vorgestellt haben und dann das Spiel, ähm, das neue, äh, Final Fantasy. No. Ganz andere Story, ganz andere Grafik und so, ne? Final Fantasy. Ich habe noch nie irgendwas mit Final Fantasy am Hut gehabt. Ach so, okay. Auf jeden Fall, ähm, kommt dann so, alle denken, dass es Final Fantasy 14, ne? Weil Final Fantasy 13 ist rausgekommen. Und dann ist das Final Fantasy 15. Und dann ist rausgekommen, dass Final Fantasy 14 eigentlich nur das Online-Spiel ist. Da haben sie die gefickt, ey. Oh, ich bin gefickt. Aber weißt du, wie Sony da, ähm, Dingens gefistet hat? Ja, weiß ich. Das ist so übelst geil. Aber mich fuckt ab, dass, ähm, Dingens Pflicht ist. Weil, du weißt was, weil, ja, ja, dass du Playstation Plus-Hits haben musst, um online spielen zu können. Na? Na? Können wir kurz pennen? Ich will mir sowieso kein Brot kosten, außer die Wii U. Holst du die Wii U? Ja, die Wii U hol ich mir, den Rest nicht. Ganz ehrlich, die ist schon tot. Wieso? Weil viele Entwickler haben schon gekündigt. Okay, auf EA kannst du scheißen mit FIFA, aber Ubisoft hat schon gekündigt angeblich, oder ist dabei. Hm. Dann gönn dir lieber eine PS4. Auf keinen Fall. Warum? Hundertprozentig eine Wii U holen, egal wie tot sie sein mag. Und warum? Ähm, Zelda kommt da raus. Ah, ja. Zelda. Zelda ist geil. Das ist voll schade, dass... Obwohl, damit schafft eigentlich Nintendo noch die Pizza... Ähm, Dingens, weißt du? Ohne die Nintendo-Klassiker, die sie nur für ihre Konsolen verkaufen, würden die gar nicht überleben. Mit den Konsolen. Ich finde, Nintendo ist halt voll die, ähm, Familien, ne? Zuck, Zuck. Ja, das ist... Die haben halt keinen perfekten Kickstarter gemacht. Ja, wobei, ähm, von Ubisoft das eine, wie heißt es, ist das überhaupt von Ubisoft? Zombie U? Ja, Zombie U ist in Kooperation mit... Ähm... Der Opi, der zockt. So... In drei Minuten ist die Folge vorbei und dann werde ich mich in der nächsten Folge um die Magik wahrscheinlich kümmern. Ich denke mal, du hast definitiv um einiges mehr aufgenommen als ich. Auf jeden. Ich kann dir gleich sagen, welche Folge. Ich bin. Wenn du möchtest. Ich hab vielleicht maximal 20 Folgen. Alter. Ich hab schon 24 oder 28 oben. Hätte ich besseres Internet, würde alles viel leichter gehen. Mhm. Außer es spackt bei dir, wie, bei dir ab. Was hast du eigentlich für eine Leitung, wenn ich fragen darf? 64. Das ist eigentlich gut. Und Upload ist das? Wie viel? 5 MBit. MBit. Okay. Da hast du eine höhere Upload Rate, als ich eine Download Rate. Puh, weiß gar nicht. Okay, ich hab auch nur eine 5K-Leitung. Guck dir den Unterschied an. Alter, ich kenn einen, den kennst du auch, aber ich will den Namen jetzt nicht nennen. Der meint, er hat in seinem Haus Glasfaser und deswegen hat er voll schnelles Internet. Aber es liegt doch daran, wie die Leitung unter der Erde ist, also zur Verbindung zum... Nicht wie im Haus ist, oder? Weißt du, was ich mein? Ich hab schon keine Ahnung. Aber ich weiß aber, wie du meinst. Ja, ich weiß, aber den Namen will ich jetzt hier nicht sagen. Ja, ist auch gut so. Sonst ist das Niveau des Let's Plays noch tiefer gesunken. Na klar. Alter. Wenn ich hier wirklich ein Haus rausmache, dann muss ich hier noch ein paar Sachen eben machen. Aber von Wasser wird das nicht aufgehalten, ne? Nö. Du bist echt witzig vom Wasser wird das nicht aufgehalten. Ich hab mehrmals gesagt, dass er seine Queries im Meer aufgebaut hat. Ja. Stimmt. Ach, was ich gerne noch sagen möchte, ist, Crystal-Dinger-Box-Chests möchte ich gerne verbieten auf dem Server. Glaub ich gar kein Ding. Ist gar kein Ding. Weil die bringen alles zum Leggen. Besonders, wenn sie ganz voll sind. Weißt du, was ich mein? Ja. Ich weiß. Aber das macht Nero noch auf. Wie macht Nero das denn? Er denkt doch jetzt schon nur noch an Jujo Meta verbringen. Jujo Meta bringt Dingens an Verblägen. Naja, macht er sowieso nicht. Ja, wir haben jetzt eine neue Methode gefunden. Wie denn? Um Jujo Meta effektiv herzustellen. Warst du schon mal auf dem Deck jetzt? Das war? Ne. Doch, einmal. Aber du musst mich retten, sonst geh ich drauf. So, da ist die... Warte mal kurz. Darf ich eben Verabschiedung machen? Ja, klar. So, da ist die Folge wieder vorbei und das nächste Mal wird gezaubert. Bis dahin bleibt crazy und tschüss.